Am 7. März 1978 wurde ich in Visegrad an der Drina gewohnt. In den Tagen vor meiner Geburtstag. Und mitten in einer Wehe schlug auch noch ein Blitz ein, sodass alle dachten, aha, so, so, jetzt kommt also der Teufel. 20. Juni 1991 fanden in Slowenien die ersten Kriegsheitlungen statt. 24. April 1991 fuhren Vater und ich zum Rückspielen nach Belgrad. Ich ließ meinen rot-weißen Schal aus dem Fenster hängen, wenn man das im Fernsehen so machte als richtiger Fall. Lauf, Sascha! Lauf! Man will von mir wissen, ob ich mich in Deutschland zu Hause fühle. Ich sage abwechselnd Ja und Nein. Die Leute meinen es selten ausgrenzend. Sie sagen, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber meine Cousine hat einen Tschechen geheiratet. Meine Großmutter ist mein zuckendes Projekt, die mich Esel und Sonne nennt. Meine Großmutter ist es, die mit Pantoffeln an den Füßen schläft. Sie ist und ist alles. Herkunft, Hervorbringung, Heldengeschichte.